Spitzenforschung erfordert Spitzentechnologie. Wir vom System aus Technik unterstützen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei der Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben. Von der Konzeption bis zur Fertigung einmaliger Geräte, Anlagen und Modelle. Das Systemhaus Technik ist eine Einrichtung des DLR mit fünf Standorten in Deutschland, an denen mehr als 150 Mitarbeiter an der Umsetzung anspruchsvoller Projekte arbeiten. Die Expertinnen und Experten des SHT bieten maßgeschneiderte Lösungen an, um die Forschung des DLR auf technologisch höchstem Niveau zu unterstützen. In den Sektoren Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Von der Genauigkeit im Mikrometerbereich bis hin zu tonnenschweren Anlagen. Egal, ob es um Neuentwicklungen, den Umbau oder die Weiterentwicklung vorhandener Geräte geht. Technologie ohne Grenzen – das ist unser Motto. Maßgeschneidert und hochpräzise. Wir begleiten unsere Auftraggeber von der ersten Idee über die Fertigung bis zum Abschluss ihres Projektes. Wir bieten ein hohes Maß an Kreativität, denn jedes Projekt ist einmalig und erfordert ganz individuelle Herangehensweisen. Dennoch garantieren wir unseren Partnern große Planungssicherheit. Auch kurzfristige Änderungen können so im engen Kundenkontakt berücksichtigt werden. Die Anforderungen, die an unsere Arbeit gestellt werden, sind besonders hoch. Wir fertigen Geräte und Bauteile für den Extremeinsatz, wie Racks für die Forschungsflieger des DLR oder hochmoderne Keramikteile für die Raumfahrt. Für die höchste Präzision bei der Fertigung unserer Erzeugnisse greifen wir auf weltweite Spitzentechnologie zurück. Egal ob Kunststoff oder Metall. Wir erstellen CAD-Modelle und erzeugen daraus komplexe Strukturen. Beispielsweise mit einer bis zu fünfachsigen Frästechnologie. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten. Auch in Sachen Handarbeit. Ob Löten in der Mechatronik, Handlaminat in der Kunststofffertigung, die manuelle Fertigung im Modellbau, spezielle Schweißverfahren wie MIG oder MAG oder Drahterodierung. Mensch und Maschine im Einsatz für hochqualitative Produkte. Selbstverständlich führen wir Qualitätssicherung und Bauteilvalidierungen durch. Auch im 3D-Druck haben wir einzigartige Fertigungskompetenzen bei Kunststoff oder Spezialmetallen. Im Bereich des Reverse Engineering können wir unseren Partnern Dienstleistungen anbieten, wie hier im Windkanal am Standort Göttingen. Mit unserem Systemhaus Technik IT-Tool können wir jedes Projekt genau planen und die Umsetzung auf ideale Weise organisieren. Vom Auftrag, über die Umsetzung, bis hin zur Auslieferung. Höchste Qualität in langer Tradition prägt unser Image als Top-Dienstleister innerhalb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Systemhaus Technik – das ist Spitzentechnologie für die Forschung mit dem Blick nach vorn. stadiums für Luft- und Raumfahrt. ikaly Whose诃sn increased des Größen positions reduziert von derinflussion